Thomas, wir haben jetzt eine Überraschung für dich. Hatten wir doch schon mal. Ja, aber das noch einmal, denn es ist die vorletzte Sendung. Und du weißt, ich liebe Überraschungen für dich. Ich weiß, du hast sie. Ja, es ist, es ist, da kommt dann irgendeine ehemalige Tanzstundenpartnerin oder so. Nein, nein, nein. Ich muss mich nicht fürchten. Deine Gäste wollen sich musikalisch vor dir verneigen. Wir haben eine Wetten, dass All-Star-Band gegründet. Und zuerst möchte ich Udo Lindenberg und Gluese reinholen. Oh, Udo. Udo macht sowas ja selten und ungern. Udo für mich. Genau, und ich bitte auch alle anderen Gäste. Habe Kerkling, David Garrett, Otto Walkes, Dirk. Und ja, alle, die mitmachen möchten, bitte an das Mikrofon. Udo, das ist groß. Wladimir. Das glaubt mir keiner. Andrea. Das ist deine Überraschung. Das ist aber, das ist aber nett. Jetzt, Mensch. Meine letzten, auf meine letzten Tage fällt euch noch richtig was ein. Du musst dir von hier aus antworten. Ja, ja, ich werde. Ja, ja, ich werde. Als Top-DJ Ball Bayern 3 Mit dem Mikro in der Tasche Waderschnacken, deine Masche Und immer einen guten Spruch dabei Überall, da steht geschrieben Nur bist du immer treu geblieben Trotz Welterfolg bliebst du normal Nur nicht bei deiner Kleiderwahl Aufnehmen war in der Runde Superstars in allem Munde Hier, wo mir Träume waren Und auch wir waren immer gerne da Und du machst dein Weg Egal, was die anderen sagen Du gibst deinen Weg Ob gerade oder schräg Und das ist egal Komm, du machst dein Ding Egal, was die anderen labern Und was dich von Mann Ein und so ran Und das ist egal Komm, du machst dein Ding Egal, was die anderen sagen Du gibst deinen Weg Und gerade oder schräg Das ist egal Tommy, mach dein Ding Egal, was die anderen labern Lass dich von Mann Ein und so ran Das ist egal Tommy, mach dein Ding Danke 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 Das war eine süße Überraschung. Es hieß immer, es kommt eine Überraschung. Ich bin kein Freund, weil ich irgendwie, ich weiß immer gerne, was auf mich zukommt, aber sowas lässt man gerne auf sich zukommen. Und es war eine entscheidende Überdrückung, die wir ohnehin gebraucht hätten.